So, ich habe es getan. Ich bin mir unsicher, ob das richtig war, ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Ich habe mir eine Werkbank gekauft. Das ist ein komplettes Set. Und zwar habe ich in meiner Werkstatt, ich bin hier sehr zufrieden, aber ich habe diese eine Schandecke. Ich bin hier vor zehn Monaten eingezogen und ich habe meine alte Werkbank in meiner alten kleinen Werkstatt gelassen und habe hier erstmal in die Ecke ein Regal gebaut, habe da die Werkzeuge hingelegt. Und seitdem ist das hier permanent unordentlich, permanent fliegender Funken, Dreck und so weiter hin. Es ist alles eingedreckt, eingestaubt. Ich bin damit unzufrieden. Ich möchte diese Ecke wirklich schön gestalten. Ich habe gesagt, wenn ich noch ein Projekt dieses Jahr durchziehe, dann das. Aber ich habe es die letzten zehn Monate nicht geschafft, eine Werkbank zu bauen. Und ich bin mir auch unsicher, was ich mir so genau baue. Ich habe so im Baumarkt mir so ein bisschen Inspiration geholt. Was haben die? Die haben auch eine schöne Ausstellung. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem bei mir. Ich habe hier die Schleifzusätze oder die Schleifmittel liegen und die Schweißzusätze. Die habe ich schon mal rausgelagert, wo ich die Tage die Regale sauber gemacht habe. Und die stauben und drecken auch immer ein. Also ich brauche anständig Verstaumöglichkeiten. Was macht man da heutzutage, wenn man so etwas machen will? Man guckt sich einfach mal im Internet um. Eine reine Holzwerkbank. Das heißt, alles aus Holz gebaut, wie man so viele Anleitungen findet. A ist so ein bisschen der Faktor, hat man auch das ganze Equipment, um das alles zu bauen. Und der zweite Punkt ist natürlich, ich schweiße, ich schleife, ich trenne. Ich möchte nicht unbedingt alles aus Holz haben. Da fliegen Funken rein, da kann sich immer irgendwas mal entzünden. Die Arbeitsplatte oben, die sollte bei einer Werkbank auch bei mir aus Holz sein. Aber der Rest, da wäre ich lieber für Metall. Da gibt es natürlich auch ein paar schöne Projekte, zum Beispiel hier von meinem Freund Dirk oder hier von meinem Freund Sven. Aber es hat mich alles nicht so hundertprozentig begeistert. Und dementsprechend wird dir natürlich in den verschiedensten Medien, auf Google, auf Amazon, auf Ebay, werden dir die verschiedensten Anzeigen ausgespielt. Das heißt, man sieht Angebote, man guckt sich die Angebote an, sagt, das eine oder andere ist vielleicht zu teuer. Aber dann findet man auch Sachen, wo man sagt, na gut, für den Preis, älter Schwede. Und so habe ich auf Ebay da ein schönes Angebot gefunden. Und das hat mich dann irgendwann überzeugt. Und ich habe gesagt, versuchst es einfach mal. Und für mich waren jetzt die Faktoren Zeit wichtig und natürlich die Faktoren Geld. Das heißt, 819 Euro ist natürlich auch Geld, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber wenn man sich große, wirklich Hersteller anguckt, was die dann für so große Männerküchen, wie man das heutzutage schon nennt, verlangen. 3.000, 4.000 Euro, wollte ich jetzt auch nicht ausgeben. Da habe ich gedacht, 819 Euro, versuchst es einfach mal. Es gibt hier Bewertungen, eine sehr schlechte Bewertung. Der sagt wirklich, man muss Ingenieur sein, dass man das Ganze zusammenbaut. Das kann ich schon mal im Vorfeld nicht bestätigen. Und zwei Sachen, Bewertungen, die wirklich gesagt haben, das ist vernünftig. Den einen habe ich auch noch mal angeschrieben. Der hat mir das noch mal bestätigt, hat gesagt, von wegen, bei mir steht das Ganze. Und dann geht man halt durchs Internet. Es wird einem immer wieder angezeigt. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden. Ich habe es auf dem Sonntag bestellt. Und auf dem Donnerstag hat mir die Spedition das Ganze schon angeliefert. Also fand ich von der Lieferzeit schon mal sehr gut. Und bei den 819 Euro, muss man sehen, da ist auch schon die Spedition mit inklusive. Also eine kostenlose Lieferung. Also es ist eigentlich ein Dumpingpreis. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob ich jetzt billig gekauft habe und sagen muss, naja, es ist Schrott oder es ist billig, ist es für den Preis okay oder ich habe wirklich einen Schnapper gemacht. Und das wollen wir uns jetzt einfach mal angucken. Ich werde das Ganze aufbauen. Und dann ziehen wir einfach mal ein Fazit und gucken uns an, kann man für 819 Euro so eine riesen Werkbank kaufen und kriegt man da was halbwegs Vernünftiges für. Wir machen jetzt hier natürlich keine Aufbauanleitung, aber interessant ist wirklich immer, wenn man ein Produkt auspackt. Und das ist natürlich so der Moment, wo man immer sieht, was kriegt man da eigentlich geliefert. Man ist unglaublich gespannt und dann sieht man das. Und ich finde, das ist so von der Qualität her, macht das schon mal einen sehr guten Eindruck, wie das Ganze verpackt ist, wie die ganzen Sachen aussehen, wie es angeliefert wird. Ich habe alles ausgepackt immer, immer kartonweise, habe mir das alles angeguckt, habe so ein bisschen besichtigt, ob da schon irgendwo dick Macken drin sind. Und das sieht optisch von der Qualität her gut aus. Teilweise steht in der Beschreibung, was von Pulver beschichtet. Da würde ich sagen, das ist es definitiv nicht. Es ist lackiert. Es ist aber vernünftig lackiert. Ich habe keine Kratzer, keine Macken. Wir machen jetzt einen Zeitsprung und ich habe das Ganze fertig. Ich werde so ein paar Sachen einblenden, wie ich das gebaut habe. Aber im Großen und Ganzen ist das ja immer unterschiedlich von Modell zu Modell. Wir wollen ja einfach mal so ein Feedback haben. Was kriegt man für so einen Preis? Und das ist auch so das, was ich mich vorher gefragt habe. Optisch sieht das Ganze gut aus, muss man ganz klar sagen. Ich werde erst mal so ein bisschen die positiven Aspekte aufzählen. Und ich habe natürlich auch so ein paar Sachen, wo ich sage, naja, das könnte ein bisschen besser sein. Optisch habe ich hier jetzt wirklich eine Menge Möglichkeiten, irgendwas zu verstauen. Und damit bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Die Maßhaltigkeit ist ja wirklich an allen Bauteilen ausnahmslos gut gewesen. Die ganzen Kantungen, das hat alles zusammengepasst. Da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich habe jetzt hier 18 Schubladen. Alle Schubladen haben kugelgelagerten Einzug, Auszug. Problem ist wirklich, man kann es nicht extrem weit öffnen. Also da gibt es Auszüge, das funktioniert deutlich besser. Aber ich habe jetzt hier, glaube ich, 18 Schubladen. Da bin ich wirklich schon mal glücklich und zufrieden. Alle Einzüge, Auszüge sind ganz normal kugelgelagert, aber haben natürlich keinen Soft-Close, haben keinen Selbsteinzug und sowas. Konnte man wahrscheinlich auch nicht erwarten, hat es auch nicht. Es funktioniert alles. Man kann alle vernünftig einstellen. Ich habe nicht eine Schublade, wo das Ganze hakt. Ich habe es zum Schluss alles noch mal ein bisschen geölt. Ein Tropfen Öl ist immer nicht verkehrt und jetzt gehen die wirklich butterweich rein raus, aber halt auch immer nur in einem gewissen Rahmen. Ein Stück weiter kann ich es noch rausziehen, dann ist aber Schluss. Also nach ganz hinten fassen, das ist so ein bisschen, da relativiert sich immer der Preis an solchen Faktoren. Aber an sich von wegen sind die Schubladen, da bin ich erstmal sehr zufrieden mit. Optik im Allgemeinen, Maßhaltigkeit, das passt alles. Das sind so die positiven Faktoren. Die Werkbank an sich hat selbstverständlich Maschinenfüße. Damit kann ich das Ganze vernünftig ausrichten. Ich habe mir das Ganze jetzt so ausgerichtet. Die erste Werkbank habe ich zum Schweißtisch ausgerichtet. Das heißt, ein langes Bauteil kann ich jetzt bis auf die Werkbank rüberlegen und danach habe ich den Rest ausgerichtet. Ich musste hier vorne dann allerdings auch ein paar Platten unterlegen, da bei mir der Boden teilweise sehr uneben ist. Die Arbeitsplatte an sich kann man natürlich aufschrauben und kann das Ganze so ein bisschen variieren. Ich habe hier unten so einen Sockel in meiner Werkstatt und den wollte ich natürlich so ein bisschen ausgleichen. Komplett konnte ich ihn leider nicht ausgleichen. Dann hätte ich vorne an der Werkbank, an der Arbeitsplatte schon eine gleiche Ebene mit den Handgriffen. Das wollte ich nicht in der Form haben, aber so gefällt mir das schon ganz gut. Ich werde hinten wahrscheinlich nochmal einen Winkel dran machen und dann ist das eigentlich schon für mich wirklich perfekt, dass ich da lange Teile auch rüberlegen kann, da wieder mit abstützen kann und so. Das funktioniert, denke ich mal, sehr gut. Und optisch, wie gesagt, wenn man das so sieht oder so, wir werden den Hängeschrank gleich dran bauen und dann gucken wir uns das natürlich auch nochmal an. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Was natürlich auch so ein bisschen unschön ist, aber das hat man teilweise auch bei teureren Sachen. Man hat hier eine Anleitung, es sind immer nur so ein paar kleine Skizzen, ich glaube pro Bauteil vier, fünf Skizzen. Man sieht keine Details, man weiß oft nicht, wo kommt die Kantung hin, nach links oder nach rechts. Man probiert dann aus und ich war bis zum Schluss unsicher, wo ich die Schubladen dann reingeschoben habe. Passt das jetzt auch, wenn man alles wieder auseinander nehmen muss? Genauso alle Schrauben zusammen in einem Beutel. Es sind fünf, sechs verschiedene Sorten, teilweise von manchen Schrauben drei oder vier Stück. Die sucht man dann zwischen tausend anderen, wird man verrückt. Also wird man wirklich verrückt. Das sind so Zeitfresser. Da mal drei oder vier Beutel zu nehmen, das wäre natürlich deutlich besser. Und die Anleitung, ich finde es heutzutage zeitgemäß, man baut die als Hersteller einmal auf und macht dazu ein schönes YouTube-Video. Da könnte man deutlich schneller arbeiten. Ich habe für die erste wirklich fünf, sechs Stunden gebraucht, weil ich auch so viel Orientierungsphasen brauchte. Immer wieder gucken, wie passt das jetzt? Die zweite habe ich dann in der halben Zeit gebaut. Und ich habe auch nicht schneller gearbeitet. Ich habe mir die Schubladen alle mit nach Hause genommen, habe zu Hause abends beim Tatort Homeoffice gemacht, sage ich mal, und habe die da wirklich zusammengeschraubt. Alle Schubladen vernünftig immer fünf Bauteile, inklusive Blende vorne oder zuzüglich Blende und zuzüglich Griff. Die Blenden kann man dann auch noch richtig vernünftig ausrichten. Ist jetzt so erstmal eingebaut. Blenden könnte ich immer noch mal ein bisschen nachjustieren. Das sieht man auch an der einen oder anderen Stelle. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe, Zeit habe ich sehr selten, dann werde ich das Ganze nochmal nachjustieren. Hier sieht man es zum Beispiel. Rechts ist ein kleiner Spalt, links ist keiner. Also da kann man die Blende auch noch vernünftig einstellen. Aber wie gesagt, die Anleitung an sich oder so, das ist sicherlich ein Punkt, wo man sagen muss, da muss man nachbessern. Ich habe jetzt hier diese Schränke. Und wenn man das jetzt natürlich so sieht, das ist schon relativ labberig. Die ganze Werkbank ist oben mit dieser 40 Millimeter Platte, wirklich gut ausgestattet. Der Rest ist alles aus Millimeterblech. Wenn man es misst, man hat 1,2, 1,3 Millimeter. Also hat man so knapp über Millimeter und dann ist die Farbe noch drauf, die Beschichtung noch drauf. So ist es richtig. Und dann ist das Ganze gekantet. Dadurch gibt es Stabilität. Aber so diese Schranktüren oder so, das ist natürlich nichts Besonderes. Und das sind alles so Sachen, naja gut, wahrscheinlich konnte man es nicht besser erwarten. Ist okay, aber halt der ein oder andere Punkt. Aber wenn ich mir die Arbeitsplatten angucke, das ist so ein Punkt, muss nicht sein. Die Arbeitsplatten haben unterschiedliche Töne. Das heißt, die Arbeitsplatte hat hier so richtig eine Struktur. Die ist schön glatt und hell. Dieser Eckverbinder sieht wieder anders aus. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, oh Gott, das hätte ich lieber schöner gehabt. Ich meine, es ist eine Werkstatt, das wird relativ schnell dreckig werden. Aber an sich von wegen, ich hätte mich gefreut, wenn es ein gleicher Ton gewesen wäre. Eventuell werde ich da mit Wachs oder dergleichen rangehen oder mit einer Lasur. Ich bin da nicht so ganz versiert mit Holz. Wenn da jemand einen Tipp hat, kann er mir den gerne geben. Und werde das Ganze dann halt, wie gesagt, vielleicht vom Farbton noch ein bisschen anpassen. Dieser Eckverbinder, der ist noch nicht richtig positioniert. Also den Spalt will ich noch wegkriegen. Der hängt nach hinten ein bisschen durch. Problem ist wirklich, der ist hier nur mit so zwei Blechen fixiert. Und da kann man das Ganze anbohren. Da muss man auf jeden Fall noch Winkel an die Wand machen. Und wo ich den jetzt unten mit einer Schraube fixiert habe, da sieht man gleich, der hat eine bisschen andere Materialstärke. Kann man unten natürlich auch ausgleichen. Aber ist auch halt wieder so ein Punkt, wo ich sage, naja, gut, muss nicht unbedingt sein. Wäre schön gewesen, wenn es ein bisschen ordentlicher wäre. Bei den Schränken habe ich jetzt mittig keine Stütze. Das werde ich noch mal ausgleichen, weil ich in dem Fach da gerade auch die Schweißzusätze lagern will. Das wird wirklich schwer. Da werde ich noch mal nachbessern. Ansonsten finde ich die von der Konstruktion her so sehr gut. Diese Hängeschränke sind so ein bisschen, naja, gut, richtig schwer. Wüsste ich die dann im Endeffekt nicht belasten. Ich habe hier nur zwei Aufnahmen für diesen 1,70 Meter Schrank, in den ich da wirklich auch ein bisschen Gewicht reinpacken will. In dem Angebot stehen verschiedene Gewichtsbelastungen. Die sind dann auch nicht sonderlich hoch. Also kann man da wahrscheinlich auch dann am Ende des Tages nicht meckern. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe hier dann halt den Schrank an sich. Ich habe hier diese Werkzeugböden dann oder diese Böden dann. Die sind eingehakt. Die hängen auch wirklich sehr fest. Also das ist qualitativ gut, sage ich mal. Hier ist immer so ein Fels an der Seite. Punktgeschweißt oder dergleichen. Ja, da ist, glaube ich, Punktgeschweißt da dran. Da kann man das Ganze einhängen. Und ich habe dann hinten halt wirklich den Boden, der nicht mehr in irgendeiner Form aufgenommen wird. Ich habe aber diese Werkzeugwand. Da habe ich sowieso schon Bohrungen. Die habe ich mir jetzt einfach noch mal im Nachhinein alle durchgebohrt. Und habe da noch mal, ich glaube, acht Schrauben in dem ganzen Schrank versehen. Und dadurch kriegt er deutlich mehr Stabilität. Und oben die Aufnahmen. Da habe ich mir auch noch mal zwei zusätzliche Aufnahmen gebaut. Habe die da auch noch mal dran gemacht. Ansonsten der Schrank soll für die Schleifmittel da sein. Ich denke mal, das leistet er problemlos. Aber wie gesagt, das ist so konstruktiv so das Thema, wo ich sage, da hätte man so ein bisschen mehr Stabilität mit reinbringen können. Nur diese beiden Haken oder so ist ein bisschen unglücklich. Ich weiß nicht, ob der dann durchhängt. Darum, ich habe mir noch zwei zusätzlich gebaut und habe das Ganze hinten verschraubt. Aber jetzt habe ich genug genörgelt. Wenn man sich das Ergebnis am Ende des Tages anguckt und dann sich dieses Vorher-Nachher-Bild aufruft. Es sieht einfach gut aus. Es sieht toll aus. Es ist jetzt alles vernünftig strukturiert. Ich hoffe, ich kann diese Struktur so ein bisschen beibehalten. Ich habe hier auch noch meine Gasversorgung ein bisschen umgelegt. Da habe ich auch noch so zwei, drei Projekte mit vor. Aber an sich sieht die Werkstatt erstmal wirklich gut aus. Das Ziel ist erreicht. Es sind so ein paar Abstriche. Das habe ich natürlich hier so ein bisschen versucht zu dokumentieren, auch vernünftig zu zeigen. Aber für mich ist das wirklich eine sehr positive Sache. Ich muss das mit diesem Eckverbinder noch machen. Und ich muss diese mittelige Unterbauten da noch machen, dass ich das da so ein bisschen noch abstütze. Das waren so Ziele noch von mir. Ansonsten habe ich hier meine WIG-Düsen. Das sind mittlerweile auch so viele. Die habe ich hier alle mal vernünftig strukturiert. Immer griffbereit. Ich habe zum Beispiel eine Schublade mit Messmitteln. Ich muss mir jetzt noch so Abteiler besorgen. Oder vielleicht mache ich mir die auch aus Blech schnell selber. Das ist ja auch kein Akt. Ich habe hier zum Beispiel meine Sonderzusätze. Ich habe teilweise ganz besondere Zusätze. Und die gehen dann auch so ein bisschen unter. Irgendwann findet man die gar nicht wieder. Ich habe hier meine normalen Schweißzusätze. Das ist alles für Stahl. Stahl-Fülldraht, Stahl-SG-2-Draht, SG-3-Draht habe ich auch. Ich habe noch einen Schrank da mit Draht und, und, und. Alles vernünftig organisiert, vernünftig strukturiert. Und vor allen Dingen, es sieht ordentlich aus. Wenn ich jetzt hier das nächste Mal Aluminium fräse, dann brauche ich hinterher einfach die Werkplatte abfegen und das Ganze ist sauber. So, das war zu dem Thema von mir ein kleiner Erfahrungsbericht. Wenn ihr in den nächsten Monaten ihr ein Video von mir guckt, dann kann ich nämlich auch mal vernünftig in die Richtung filmen. Ich glaube, ich filme nur noch in die Richtung, weil das wirklich schön und ordentlich aussieht. Das ist sicherlich so eine Sache, wo viele sagen, ich baue es mir lieber selber. Ich nehme mir da drei, vier Monate Zeit, habe hinterher mein Lebenswerk, habe mich da verwirklicht. Ich bin halt so gestrickt. Ich hatte jetzt ein gewisses Budget, was ich mir vor Augen gehalten habe. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch nie irgendwo richtig Zeit. Und darum habe ich gesagt, ich mache das. Das hat mich jetzt auch drei Nachmittage gekostet. Aber ich denke mal, das Ergebnis, das ist wirklich schön. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sagen würde, naja gut, da relativiert sich aber so ein bisschen der Preis. Das muss man immer sehen. Irgendwo kriegt man immer das, wofür man bezahlt. Wenn man da so ein relativ günstiges, günstige Werkbank kauft, da kriegt man halt kein High-End. Das war mir auch vorher in irgendwelchen Fällen bewusst. Ich wollte nur so ein bisschen halt auch die Defizite so ein bisschen aufzeigen. An sich finde ich das Produkt für den Preis wirklich sehr, sehr gut. Und optisch gefällt es mir erst wirklich richtig gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Wenn jemand irgendwo den Link dazu haben will, kann er mir da gerne eine Kommentare schreiben. Dann stelle ich den da gerne ein. Ansonsten, wie gesagt, ich habe mir das Ganze auch ganz normal gekauft. Ich habe auch keinen Kontakt da in irgendeiner Form oder irgendwas. Ja, falls das jemand irgendwo fragt oder denkt, ich habe es mir ganz normal, ich habe es bei Ebay gesehen, so wie ich es erzählt habe. Und mir hat es gut gefallen und mir gefällt es jetzt auch richtig gut. Und dann habe ich mir das Ganze gekauft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen.